Im Oktober 2008 stirbt Jörg Haider bei einem Autounfall in Köttmannsdorf. Er steuert den VW-Phaeton selbst, hat 1,8 Promille und ist viel zu schnell. Bis heute halten sich absurde Verschwörungstheorien. Auch dazu nimmt Stefan Petzner jetzt Stellung. Ich sage, zu 99,9% war es ein Unfall, letzte Zweifel werden immer bleiben, aber der Mythos, dass Haider Opfer eines Mordkomplotts wurde, ist im Volk viel, viel mehr verbreitet als alle glauben. In Kärnten würde ich sagen sogar rund die Hälfte, so Petzner in einem Tweet. Stefan Petzner hat ein gutes Gespür, was die Leute in Kärnten denken und da bin ich seiner Meinung, da ist halt vieles noch etwas zu wenig aufgeklärt worden und da gebe ich ihm absolut recht. Auch in anderen Punkten liefert er insgesamt nicht uninteressante Ansichten eines ehemals engen Vertrauten. Sogleiche etwa Sebastian Kurz, in Stilrhetorik auftreten, intellektpolitischem Können, viel mehr Haider als Strache. Sebastian Kurz pflegt einen eigenen Stil, also den würde ich jetzt nicht so mit Jörg Haider vergleichen wollen. Da gibt es gewaltige Unterschiede, also da kann ich mich der Meinung von Stefan Petzner überhaupt nicht anschließen. Beide sind gute Politiker, Jörg Haider war ein Politiker, gut will ich hier nicht sagen, aber der bei den Leuten gut angekommen ist. Aber noch einmal, Stefan Petzner meint das halt natürlich in alter Freundschaft zu Jörg Haider. Den Hypo-Skandal hätte es unter Haider nicht gegeben, im Gefängnis säße er keinesfalls, ist Petzner überzeugt und dürfte dafür nicht nur Zustimmung ernten. Da muss ich dem Stefan Petzner wirklich widersprechen. Also Gott sei Dank ist jetzt vieles aufgeklärt worden, was damals verbrochen worden ist. Es hat Urteile gegeben und ich denke auch, der Landeshauptmann hätte viele Fragen beantworten müssen, auch vor Gericht. Auch hätte Haider weiter davon geträumt, Bundeskanzler zu werden und sogar BZÖ und FPÖ wieder vereinen wollen. Selbst HC Strache sei laut Petzner damals nicht abgeneigt gewesen. Wer weiß, also das sind natürlich Aussagen, die wir nie nachprüfen können. Das sind halt vielleicht auch Wunschträume. Aber das ist alles vergossene Milch, das gibt es jetzt nicht und wir haben jetzt in der rechten Ecke dieser Republik einen wirklichen harten Kampf, eine blutige Schlacht um die letzten verbliebenen Wähler. Gegen Ende seines Lebens sei Haider den Petzner privat, als fast schon geizig bezeichnet, zunehmend unglücklich gewesen, gibt der ehemalige Pressesprecher tief persönliche Einblicke. Dass Haider rechtsextrem oder ein Nazi gewesen sei, verneint Petzner vehement und ist sich sicher, er würde noch heute haushoch gewinnen und Landeshauptmann von Kärnten sein. Das kann sein, dass er in Kärnten vielleicht noch Wahlen gewinnen würde. Da war er immer gut und immer beliebt, aber im Nationalratswahlkampf hätte er keine Chance. Seit uns schnell in dieativos Yo-kräften nicht. Ich muss auch projects, ja. Oder wie ich?